Und da hört der Spaß auf. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Stell dir mal vor, da hätte jetzt einer lang gemusst. Ja, eben. Der Flüterschein ist weg. Also ich höre anderes, muss ich sagen. Ich bin dabei, ihn zu besiegen. Ja? Wie machst du das? Mit Musik. Ein kleines Klagelied. Jetzt sind wir drauf. Schnell Witze, schnell. Sind wir drauf? Ist es schon an? Jetzt ist es schon an? Ja, ist es schon an? Läuft's, hallo? 1212. Okay. Klickt nach Radio. Wir sind gerade online und wir sind gerade im Dings. Das klingt ja so professionell, man könnte mal eben das im Brennpunkt Internet. Sicher? Wow. Wow, ein saftiges Aloha von der Dahnautobahn. Wir sind Timo Ranacher, Robin Nosterhoof und... Herr... Herr... Oh. Ich lasse dich mit dem Witz jetzt ganz allein. Du musst jetzt... Hallo liebe Leute, das ist aber wunderschön, dass wir uns hier wieder saftige Verstärkung geholt haben von Herr Rodes Armloch. Herr Rodes Armloch, den Saftigen. Ja. Ich bin gerade hier unten in einem Nosterrafu-TV-Sandwich. Links von mir sitzt der Herr Rodes und rechts von mir Robin. Du bist quasi der mittlere Löffel. Der mittlere Löffel, das ist toll. Ich finde es gut, wenn hier am Brennpunkt rumgelöffelt wird. Wir sind hier heute gesponsert von Glasflaschen. Herr Rodes, erklär uns das mal. Glasflaschen AG e.V. Die lassen sich super leicht einschmelzen und daraus lässt sich ein neues Glasprodukt erzeugen, was bei Plastik eher schwierig ist. Sehr schön. Das geht dann eher in die Schildkröten rein. Genau. Hallo liebe Leute, wir sind trenn.internet. Habt ihr schon gehört, wir fassen die letzte Woche zusammen. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört, solltet ihr denn neue Zuhörer sein? Warte, einmal ganz demonstrativ mit Glasflaschen anhören. Alter, wunderschön. Jeder Ton, ein anderer. Was? Ton. Ja. Hallo liebe Leute, das ist aber hier schon wieder ein Tohuwabohu. Wir haben übrigens vier nach angefangen, nur dass wir das nachher dann wissen, dass wir dann ungefähr, um langsam anfangen sollten, die Woche Revue passieren zu lassen. Und was eine Woche das war. Mach doch jetzt mal bitte das Horn auf meine Kopfhörer, ich fühle mich unprofessionell. Nee. Du musst nicht. Du hast auch zwei Ohren. Du kannst doch trotzdem, fürs Feeling kannst du trotzdem die Kopfhörer aufsetzen. Dann höre ich auf einem Ohr nichts, witzig. Ja. Aber höre ich es nicht. Du weißt, du kommst ja her und machst schon wieder, wir sind immer so professionell sonst. Da kommst du ja einmal rein. Du bringst alles durcheinander. Ja. Ich möchte an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen, wenn ich Robin zitiere, zum Beispiel mit Worten wie, die hat ein Piercing in der Fotze, dann ist das zwar nicht unbedingt radiokonform, aber bei uns ist das, glaube ich, okay. Echt? Wer denn? Wer hat denn eine? Ach, wer das hat? Das Mädchen. Das Mädchen aus dem Playboy. Keine Ahnung. Viele. Jede Frau, die was auf sich hält, hat so ein Ding. Ach so, verstehe ich. Ja. Ja. Eine kannte ich mal, tatsächlich. Ja. Und? Ja. Ja. Siehste. Die hat was von sich gehalten. Siehste, siehste. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier dieses Breit aufkriege, vielleicht versuche ich das so. Ansonsten, Tino, was ist denn die Woche passiert? Ui. Ich lasse den Deckel hier einfach im Studio liegen, ist ja nicht unseres. Nee, war das die Woche, dass die Leute bei Tansi zu Hause waren? Auch, ja. Das würde ich ganz gerne mal spielen. Ich bin jetzt seit dem großen Skandal mit dem Knicken, sag ich mal. Was für ein Ding? Ach so. Genau. Bin ich Tansi-Fan. Das er gar nicht so gesagt hat. Ah, okay. Das wurde ihm nachgesagt. Aber Unge hat sich distanziert. Hat er? Wir hatten ja seinen eigenen Skandal. Da hat sich Unge auch distanziert. Von guter Laune, Tim. Ja. Was ist denn passiert? Ja. Also Tim hat mein Format Shatsplay geklaut. Stopp, 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 stopp. Ein bisschen Vorrede wäre cool. Tingo ist nicht angeschlossen. Ja. Also. Offenbar, so vor ein paar Wochen hat Tanzverbot, haben alle gesagt, dass der eine rassistische Äußerung gemacht hat, hat sich aber herausgestellt, dass er das gar nicht gemacht hat. Zwischendurch hat er sich aber Unge von dem distanziert, weil die gerade beide auf Madeira sind. Haben sich jetzt aber wieder vertragen. Das aber nur, weil MontanaBlack halt geregelt hat, der Streamer, hat dazwischen so ein bisschen geklärt, hat die beide im Discord geholt, dass die so ein bisschen sich aussprechen können. Habt ihr das im Brennpunkt nie gemacht? Doch. Wir haben das kurz gesprochen. Der Mediator MontanaBlack. Und jetzt haben wir unseren eigenen Skandal gehabt, haben halt ein bisschen auf die Hilfe von Unge und MontanaBlack gehofft. Das ist bisher enttäuschend. Wir als kleine Lichter im YouTube-Himmel werden da wahrscheinlich wieder richtig im Hintergrund gestellt. Wir sind dunkel wie Betalgeuze. Da können wir ja auch nochmal was zu sagen. Und dann? Ja, also ich habe das internationale Format Chatsplay und wie es sich herausstellt, hat das plötzlich jetzt auch jemand anderes, der Gute-Laune-Typ. Und da habe ich dann aber jetzt zum großen Twitter-Krieg ausgerufen. Oh, heißt er so, der Gute-Laune-Typ? Ja. Also Gute-Laune-Typ verfolge ich halt schon seit übelst vielen Jahren, weil er halt auch so ein Nintendo-Fanboy ist und damals halt schon mit der Wii U habe ich das immer so ein bisschen... Eigentlich verfolgst du ihn seit seinem Durchbruch mit dem Video. Die besten Ärsche in Videospielen, Top 10. Nicht die besten Oberweiten. Die besten Oberweiten? Nee, die besten Ärsche. Gibt es nicht auch Ärsche? Na, beides bestimmt. Ich glaube. Auf jeden Fall war Lara Croft ganz vorne, glaube ich. Ja, keine Frage. Du meinst, weil die so aussieht, wie die eine Cosplay-Freundin, die wieder haben? Ja. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, ich verfolge den und finde ihn auch gut so und distanziere mich von jeder Art von Hate, ganz wichtig, aber ich schiebe halt einen gewissen Hate gegen ihn, weil er halt das Format von Robbe geklaut hat. Eiskalt, Plagiat. Bei Chatplay? Das ist das Gleiche wie bei Twitcher, dass die dann einreichen können, rede Ostdeutsch oder macht die Zwiebeln in die Nase. Er hat natürlich nicht so geile Optionen, ja. Er hat dann wie, ah, er tötet dich sofort oder 1500, was ich ehrlich gesagt ein bisschen billig finde. Das ist so billig, das ist so mies billig. Oder zieht eine ganze Rüstung aus und sowas. Halt so langweilige Sachen. Keine Zwiebelbrille, kein Löffelblick, weißt du, ist langweilig. Er wird halt Twitch-konform bleiben, ne? Können wir bitte vorab sagen, was Chatsplay ist? Ja, Chatsplay ist ein Let's Play revolutionierendes Format, in dem ich in diesem Falle ein Videospiel spiele und aktiv vom Chat sabotiert werden kann, aber nicht nur sabotiert, sie können auch einfach bestimmen, was ich tue. Aber Herr Nofter, was ist denn ein Let's Play? Ja, Oma Gerda, verpiss dich vom Radio, du hast ja nichts verloren in unserer Sendung. Warum hast du eigentlich Oma Gerda von Tekken geklaut? Ist das Oma Gerda gewesen, ja. Tekken hat immer Oma Gerda gemacht. Vielleicht war das hier hinten drin noch irgendwie im Kopf. Stimmt, passt ja auch. Ja, stimmt, hätte man diese Stimme gemacht. Um die ganz alten abzuholen, Livestream, das heißt, man kann ihm im echten Leben dabei zugucken, im Internet, wie er es gerade jetzt im Moment ein Spiel spielt und kann dabei reinschreiben. Wie, wenn der Thomas Gottschalk die Baggerwette macht, damals. Genau. Wie im Fernsehen. Und kann reinschreiben, hey, mach mal dies, mach mal jenes, aber da hat man über die Zeit verteilt gewisse Punkte kriegt und die dafür ausgeben muss, muss man halt so abschätzen, was wünsche ich mir. Wünsche ich mir, dass ich Robin eine Brille aufsetze, in der Zwiebeln drin sind und deshalb mich ordentlich spielen und weinen kann. Oder wünsche ich mir den Führer zu... Oh, warte mal. Und dieses Format, LBU... Du spoilerst meine ganzen Notizen. Da sind dann immer nur so drei Buchstaben hier auf Tinos Seite. Was ist denn das? ESC. ESC und LBM. Eurovision Song Contest. Ist ja jetzt bald wieder. Hörst du mal auf, Herr Rudess zu unterbrechen? Hallo. Ja. Genau, und jetzt kam halt, einen Monat später, als das Format schon lief, habe ich halt ein langes Video von Gute Laune Typ angeguckt, weil Robin gerade Kopfschmerzen nebenan hatte und geschlafen hat und dann kam halt genau dieses, ey, ich habe diese revolutionäre Idee, könnt ihr euch für diese Twitch-Punkte kaufen, dass ich dies und jenes mache. Ich so, Alter, da wird Robin so ausrastet. Er ist schon eh nicht so gut drauf, gerade gepennt, Kopfschmerzen. Robin, Robin, wach auf, wach auf. Das muss ich dir zeigen. Das ist passiert. Und spiel nur so ab, ja, ihr könnt euch kaufen, dass sich die Steuerung invertiert. Und er so, ne, ne. Äh, gleich im Livestream. Oder die Helligkeit ganz dunkle Stelle, was auch so ein Favorit bei mir ist. Oder Ser Maximilian töten. Ja. Wirst du ihn anzeigen dafür? Ja. Ja, zeige es raus. Dolmecke ist informiert. Also das wird jetzt ganz groß. Also wenn Monte nicht zeitnah schlichtet, dann wird wahrscheinlich... Dann eskaliert es, ja. ...wird es wahrscheinlich auch zu einem... Aber kennt er dich denn, der gute Laune-Typ? Ja, jetzt schon. Ich bin sein schlimmster Albtraum. Oh. Ich hocke jetzt immer in seinem Nacken. Ja. Er kann jetzt keinen Schritt mehr ohne mich machen. Auf mein Nacken. Ja. Das ist unheimlich. Was nochmal? War das wieder dieses Tanzverbot-Wort? Was? Auf mein Nacken. Wenn ich, wenn ich, pass mal auf, wenn ich mir so ein K in den Nacken schreiben würde, wie, was wären das dann? Ja, 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 ginge, ginge, ginge. Ich muss kurz überlegen. Das zu den jüngsten Ereignissen in eigener Sache. Ja. Aber wir haben ja heute noch weitere Themen, wie zum Beispiel Volksmassen. Ja. Oder Volkmassen. Wie heißt es jetzt eigentlich richtig? Volkmassen oder Volkmassen? Es heißt Volkmassen. Maßen? Aber überrollt wurden die Volksmassen. Ach so. Das ist ungünstig. Mittlerweile 76 Verletzte. Das ist übrigens die erwähnte Triggerwarnung. Das war jetzt quasi geschmacklos. Wenn euch das nicht gefällt, ganz schnell den Schleudersitz aktivieren, Leute. Und jetzt kommen die Gewürze. Jetzt wird es wieder geschmackvoll. Ja. Es gab nämlich... 20 Kinder waren dabei. 20 Kinder waren immerhin, ja. Nee, es ist halt so... Bis jetzt ist keiner gestorben. Wie viele Deutsche? Alle. Alle. Das ist das Schlimme. Also die Bild-Zeitung hat einen Field Day. Also das ist der Wahnsinn, was da geht. Ein Deutscher ist in eine deutsche Masse reingefahren. Das ist wieder sehr ungünstig. Während eines Karneval-Umzugs ist halt irgendwie ein Mann mit seinem Auto durch Volksmassen gefahren. Volkmassen. Es sind zum Glück keine Menschen gestorben. Aber es gab wohl viele Schwerverletzte. 76 Verletzte ist halt schon echt hart. Und 20 Kinder, das ist halt schon ein kleiner Bastard-Move, muss man vielleicht sagen. Es ist schon ein bisschen gemein. Und alle haben gewartet. So die Linken, ja hoffentlich war es ein Nazi. Die Rechten, hoffentlich war es ein Ausländer. Ich weiß, wer auch gewartet hat. Hoffentlich war es ein Nazi. Also ich nicht. Ich habe nur gebetet, dass es keine Toten gibt. Okay. So. Und... Da wirst du dann auf einmal gläubig, ja. Aber hallo. Und weißt du inzwischen, warum er das gemacht hat? Er war ja nicht betrunken offensichtlich. Also es ist wohl vorsätzlich passiert, aber er schweigt bisher. Er war vorher auch Polizei bekannt, aber keine Form von Extremist in irgendeiner Form. Und er war auch kein Migrationshintergründiger. Da muss ich auch gleich nochmal dazu kommen. Ja du, ihr wisst ja beide Bescheid. Ich habe ja immer mal wieder so in der Nostarrafo-Wohlfühloase so Screenshots gepostet von so einer Person. Von so einem Passfahrer. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Von so einer Person, die einen halbwegs öffentlichen Job hat innerhalb von Weimar oder hatte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das noch aktiv ist. Also einer der Leute, die noch auf Facebook sind und man weiß schon, welche Leute das sind, die auch so schreiben. Und solche Newsquellen, ich zeige Anführungsstriche, verbreiten, die eventuell nicht hundertprozentig auf Quellen beruhen. Es ist ganz großer Quatsch. Also wenn ich, ich gucke mir das, ich überfliege es nur und sehe, okay, in jedem Satz steht das Wort Terrorist. Das ist schon mal sehr seltsam. Und dann erst beim zweiten Mal hingucken habe ich gesehen, dass in beiden seiner, also er hat zwei Fotos gepostet. Und ich nehme ihn jetzt einfach stellvertretend für viele Leute, die halt so sind. Für euch alle. Ja genau. Da draußen am Radio. Er hat zwei Fotos gepostet von irgendwelchen ganz schlechten Artikeln von selbsternannten Newsseiten, die keine sind. und in dem einen hieß das Nest Fockmaßen und in dem anderen Falkmaße. Vielleicht gab es da auch zufällig irgendwelche Amokläufe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, sobald die gar nicht gemeint waren. Und die Lügenpresse hat uns nur von dem einen berichtet. Oh, das sollte nur ablenken. Das war hier so ein Inside-Job. Weil das in Deutschland gewesen ist, genau. Outside-Inside-Job. Ja. Ah, und es hat von Fockmaße und Volkmassen, hat das abgelenkt. Also drei Amokfahrten quasi an einem Tag. Ja. Ja, also ich finde das immer dumm. Ich reg mich immer so ein bisschen über den auf, aber auch nur, weil ich halt so leicht persönlichen Bezug zu dem habe. Eine kleine Bullshit-Warnung an all die, die gerade nicht ganz zugehört haben. Es gab natürlich keine drei Amokfahrten. Achso. Oh, es gab nur eine. Doch nur ein Volkmassen. Also bestenfalls. Also ich war ja eher verwundert. Ich habe dann nämlich gesehen, dass der Hashtag Volksmaßen hieß, aber der Ort ja Volkmassen heißt. Und da haben viele geschrieben, wieso trennten denn ständig irgendwelche Hashtags, die falsch geschrieben sind? Wohl auch Corona-Virus, nicht Corona-Virus war Trend auf Twitter. Ja, gab es vor Jahren auch schon Kororo, äh, vor Jahren, vor Wochen schon Kororo-Na. 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 Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das auch nur so Troll und Gig. Das war für viele irgendwie das Schlimmste an allem, dass es falsch geschrieben war. Ich habe übrigens aus einer seriösen Nachrichtenquelle, ähm, reden wir noch über Corona? Wir reden später aus. Okay, dann werde ich dann auf die seriöse Nachrichtenquelle anbringen. Machen wir erst mal die Volksmaßen. Die Volksmaßen brechen nicht mehr aus, weil jetzt ist Zwangsimpfung. Ist gut. Aber was ich sagen wollte, das Allerschlimmste an der ganzen Sache, ja, das sagt uns die Anklage. Denn der Kollege, 29 war übrigens, ist er immer noch. Irgendwo noch. Spoiler. Ist angeklagt wegen versuchter Mord, gefährlicher Körperverletzung. Und da hört der Spaß auf. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Ja. Stell dir mal vor, da hätte jetzt einer lang gemusst. Ja, eben. Der Führerschein ist weg. Wir müssen zwei Punkte in Flensburg. Weil ein Karnevalsumzug auch so ein geregelter Straßenverkehr ist. Ich wollte nur sagen, ich nehme mal an, dass da kein großer Verkehr in dem Sinne war. Aber stell dir mal vor, der Zock wurde ja auch dadurch verzögert. Die Leute warten weiterhin auf ihre Kamel, weißt du. Und kriegen nichts. Oh, ist das finster. Ja. Also es ist nichts über das Motiv bekannt, aber ich finde es halt auch egal. Also es ist natürlich nicht egal, du musst es schon ausfinden, klar. Aber es macht es für die 76 Leute nicht besser. Nee, es bleibt gleich schlimm, keine Frage. Ich hoffe auch, die 76 Leute hören hier nicht zu. Das macht es für die auch nicht besser, was wir hier erzählen. Aber herrodest du. Das BW sollte sein, jetzt wieder mal, ey, du Vollidiot mit dem Auto. Du wirst mal wieder von dem ganzen Land gehasst. Gut gemacht. Wir sollten trotzdem nach wie vor keine Angst haben und irgendwelche Karnevalszüge absagen. Das ist ja passiert. Wir sollten uns von so einer Scheiße nicht davon abbringen lassen, ein geiles Leben zu führen. Und wenn du das wolltest, du Vollpflaume, du das jetzt im Knast oder sonst wo hörst, wir hast ihn nicht. Bei unserer Reichweite ist das gar nicht so. Na doch, die müssen ja aus Strafe unseren Podcast hören. Das ist ja Teil der Strafe. Der Verheilsstrafe. Hab ich gehört. Keiner kann nicht leiden, egal welches Motiv du hattest. Ja. Kann man sagen. Aber ja, aber eigentlich, ne, man müsste irgendwie anders auf so Leute zugehen. Ich weiß nicht. Also jetzt, klar muss man jetzt nicht sagen, oh du guter, hat du Duto macht. Sondern, also ich weiß ja nicht. So ein gelaufen, sorry. Ich vermute mal, dass der jetzt nicht sozial oder psychisch auf dem höchsten Stand war. Der wird ja nicht irgendwie 100% glücklich und gesund gewesen sein, wenn er so eine Scheiße macht. Das nicht, aber trotzdem ist halt die Frage, was ist denn sein Background? So war es vielleicht doch irgendwie politisch oder war es nicht politisch? War er irgendwie doch betrunken? Keine Ahnung. Aber man müsste halt diese Leute abholen, bevor die so einen Scheiß machen, weißt du? Das meine ich ja nur. Absolut klar, aber findet man die Leute, ne? Die sowas vorhaben irgendwie. Dann machen die ja schon im Verfassungsschutz. Also sie haben ja letztens erst so eine Nazi-Gruppe ausgehobelt. Also es klappt ja manchmal. Ja, wer weiß, ob es Nazi war. Aber man muss schon sagen, dass Sicherheitsvorkehrungen auf den Karneval schon relativ gut sind, wenn man bedenkt, wie wenig Leute, die potenziell sterben können, so dumm wie die sich anstellen, nicht sterben. Herr Otis, wo kommt eigentlich dein Einruf von, in einem selbstfahrenden Tesla wäre das nicht passiert? Äh, ich habe darüber nicht nachgedacht. Und ich kann dir auch nicht, also es wäre in einem selbstfahrenden Tesla halt passiert, weil man kann das abschalten. Pst. Na gut, dann andere grüne Revolutionen, und zwar Autos durch Fahrräder ersetzen. Edge. Ja, fahr mal mit dem Fahrrad. Fahrrad nach Berlin. Das hätte bestimmt auch den einen langen gestauchten kleinen C gegeben. Shit, Alter. Also wie ist ein Fahrrad? 76 Leuten über den Fuß gerollt. Nein. Ja. Nee, aber ein Auto als Waffe benutzen kannst du halt, solange es halt Autos gibt, da brauchst du keinen Fahrradlicht. Ich kenne da so einen, wenn man so die Klinge so an die Handfläche hält, und es länger ist als die Handfläche, dann ist es eine Waffe. Und da ein Auto auch länger. Ich dachte, ich hätte diesen Kollegen damals mal nahe gebracht. Wir haben immer so einen Typ gehabt, der das gemacht hat, der hat immer Buttermesser an seine Hand gehalten. Ich dachte, du weißt das, ach toll. Aber so ganz große Buttermesser, die so lang sind, sind die auch? Für richtig große Brote. Wenn ich mir so richtig Hunger habe, dann hol ich mir so einen 1 Meter Durchmesserscheibe Brot. Ich nehme mir dann so mein Butter-Katana-Schwertmesser, Hentai oder wie das heißt, und mache das so komplett mit Kerrigold drüber über das Messer. Ja, aber es muss nur Kerrigold sein, keine Sonja oder so, ne? Die Sonja ist doch Bratefett, das hatten wir doch, das ist doch keine Butter. Ist doch egal. Du schwörst ja nur auf die Kerrigold. Hast du mal gegessen? Duck und Kerrigold. Wir sollten aufhören, darüber zu reden. Kerrigold, wir bieten ihnen an, gut über sie zu reden, wenn sie sich einen Hörerwunsch kaufen. Oder zwei. Genau, auch auf Preuß. Über Butter und Käse. Jetzt ist mein Gag ein bisschen untergegangen, aber es ist okay. Oh. Aus Preußen? Ne, was? Was hast du gerade gesagt? Duck und Kerrigold. Das verstehe ich nicht. Tja, weil du kein King of Queens Fan bist. Ich auch nicht. Doch, 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 klar kenne ich die Serie. Es geht hier um Fan. Ja. Man muss Fan sein. Sehr gut. Also, ich hoffe halt, dass die Leute, die getroffen wurden, für ein Auto gesund werden. Ich hoffe, dass die Leute nicht einschüchtern lassen. Und ich hoffe, dass der Typ sein Ziel nicht erreicht hat. Ähnlich wie diese Hallefuzzi da. Die Frage ist ja, was für ein Ziel er hatte. Wollte er Menschen töten? Das kenne ich nicht, aber ich hoffe, er hat es nicht erreicht. Was ist denn, wenn der Täter gut versichert war? Übernimmt die das? Vollkasko vielleicht. Kommt drauf an, was sie übernimmt, ne? Jetzt auch mit Amokfahrten. Amokfahrten? Ja. Ich denke nicht, weil das war vorsätzlich. Es ist, wenn der jetzt rotzenvolle war schon. Echt, ja? Ich denke. Wenn da jetzt so Blutspritzer und Dellen im Auto sind, sagt die Versicherung, okay, die... Naja, auch die Schmerzensgelder und sowas, wenn sie dann verhangen werden, ich kann mir vorstellen, dass es da versichert wird. Ich bin da kein Experte. Ich kann es mir nur halt vorstellen, dass es eher bezahlt wird, wenn er voll war und es keine Absicht war, als wenn es halt vorsätzlich war. Ne, mit Alkoholautofahren wird auch nicht übernommen, oder? Natürlich, du hast absolut recht. Aber er war nicht alkoholisiert. Wenn er bewusstlos war aus irgendeinem Grund, kann ja sein, dass er eine Wespe im Auge hatte und deshalb das Lenker zerrissen hat. Was kann denn alles sein? Ah, ich habe das aufgeklärt, liebe Leute. Eine Wespe im Auge. Im Februar aber. Kein Nazi, kein Islamist, der hat eine Biene im Auge. Ey, ich habe vor zwei Tagen eine Biene gesehen. Oh. Das ist ein großer Mythos mit diesem Bienensterben. Ich habe auch eine Biene gesehen. Sabine. Das Sturmtief. Hm. Ich nicht, aber ich kann in Spanien. Das ist witzig. Ja. Wie wärs mal mit Lachen, diese Säcke? Das ist gemein. Ihr lasst mich komplett alleine. Alter, ich habe gerade deinen Zepfel da hinten im Mund gesehen und das hat hin und her gewackelt. Voll witzig. Ich glaube, das ist auch die Funktion, die das so hat. Also ich glaube, das soll so. Mein Zepfel. Schwäbli. Mein Zepfel. Hat gewackelt. Ja, also du bist ein Bastard. So. Ich dich auch, Robin. Nein. Nicht du, der andere da. Das muss man so sagen. Dieser Autofahrer. Nicht dieser. Weiß ich nicht. Wir sind das Volkmaßen, hast du ja geschrieben, ne? Wir sind das Volksmaßen. Ja, es war ja so, als ich dachte, vielleicht ist jetzt doch wieder rechts, links irgendeine Scheiße, aber es scheint ja weder noch... Es ist ja nicht. Mist, jetzt musst du mir was anderes einfallen lassen. Aber es bleibt zu sagen, wir wissen noch nicht genug, vielleicht kann man es nächste Woche nochmal aufgreifen und dann sein Senf dazugeben, wenn man dann mehr weiß. Ja. Sehr gerne. Apropos mehr wissen. Es gibt Leute, eine Bevölkerungsgruppe, die wissen besonders viel mehr als wir, nämlich, dass die Erde flach ist. So auch Mad Mike Hughes. Ja, ich liebe ja Volltrottel, die sterben. Das ist immer so, naja, aber ich mache mich jetzt vielleicht wieder, ja, das kam jetzt von Herzensschuldigung, war natürlich nicht korrekt, das so zu sagen, aber... Das lassen wir so stehen. Also, dass wir diesen Flacherdlern, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist so albern, wie, warum gibt es Leute, die auf Flacherdler dann so reagieren und dann beweisen, dass die Erde doch nicht flach ist? Das ist total sinnlos. Tja. Also, ich kannte ihn ja schon vorher so durchs Internet so. Ich nicht tatsächlich, aber klär mal, was passiert ist für unsere geneigten Zuhörer. Ja, so dieser tolle, wie hieß er, Mad Mike, der ist ein 60-jähriger Mann. 64. 64-jähriger Mann, irgendwas mit 60 war es. Ist er das? Oder war er das? Er war es. Er ist es nicht mehr, er ist jetzt Staub quasi. Also, ein 60-jähriger Haufen Matsch, ja. Er glaubte, dass die Erde flach ist, beziehungsweise war er ein Kritiker der Theorie, dass die Erde eine Kugel sein könnte. Dass die Erde eine Kugel ist, ist keine Theorie. Ja, seine Theorie, keine Ahnung. Und jedenfalls wollte er beweisen, dass die Erde flach ist und hat sie schon öfter Raketen gebaut, mit denen er sich in den Himmel schießen wollte und ist auch schon mal irgendwie abgestürzt, hat es überlebt. Und jetzt gab es den großen Versuch, wo er endgültig beweisen wollte oder es mit eigenen Augen sehen wollte. Die Erde ist flach und er steigt halt in die Rakete irgendwie ein oder keine Ahnung, ob er sich festgeschnallt hat, man sieht es nicht so richtig im Video. Man sieht nur direkt nach dem Start, wie der Fallschirm gleich hängen bleibt und zu Boden fällt. Was auch so eine Sache ist, wo ich mir, also selbst ich, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber wenn man sich vorstellt, okay, man macht den Fallschirm schon auf und der Fallschirm kriegt dann quasi den Rückstoß der Rakete ab. Das kann doch gar nicht passieren. Der war nicht auf, es war irgendwie ein Fehler, dass das Ding hingeblieben ist. Ja, aber der war schon draußen dran, der sollte doch irgendwie in der Klappe sein. Der flog dann hoch und wollte sich eigentlich mit dem Fallschirm runterlassen. Genau. Also das ist schon sehr idiotisch genannt. Was ich in Anführungsstrichen witzig an dem Video fand dazu, dass die Leute, die drumrum stehen, erst schreien, wenn sie sehen, dass der Fallschirm nicht aufgeht, so zwei Sekunden vorm Runterstürzen, obwohl man ja ganz am Anfang schon sieht, das ist kein Fallschirm, also das kann gar nicht mehr gut gehen. Wollte ich gerade erzählen, und zwar schießt er dann so in die Höhe und du siehst eigentlich jetzt schon, fuck, der ist tot. Aber alles und ruhig erstmal. Man realisiert es nicht wirklich in dem Moment, denke ich. Man geht ja nicht. Vermutlich. Naja, der, also aus der Perspektive des Videos, da sieht es schon eindeutig, dass es runtergefallen war. Der war ja auch bunt und groß, der Fallschirm. Vielleicht hätte es da irgendwie ein Effekt sein können, er hatte noch einen zweiten dabei, all sowas vor allem auszuschließen. Im Endeffekt, so ein Zauberkünster. Tada! Die ehrlich war das. Dann zieht er halt in die Höhe und dann knallt irgendwann die Rakete irgendwie außerhalb des Bildes und dann sieht man irgendwann, wie dann so ein schwarzer Fleck nach unten zu Boden fällt und dann erkennst du irgendwann, oh, das ist ein Mensch, oh, das könnte der Mike sein, der ist zufällig gerade gestartet von hier und er fällt halt mit voller Karacho auf den Boden und er lässt eine Staubwolke und keiner sagt das. Das ist ja nicht er alleine, oder? Das ist schon das ganze Ding. Das ist nur so klein, weil es halt weit weg ist. Das war doch nur er, oder? Ich glaube, das war schon so eine Rakete. Die Rakete ist woanders zerschellt. Wieso soll der denn raus? Das wusste ich auch nicht, warum. Aber ich hatte ja so einen Wegschleudermechanismus ursprünglich, weil wenn er mit der Rakete falsch geöffnet hätte, wäre es auch Quatsch gewesen. Ich denke, mit dem Wegschleudermechanismus hat es doch schon Sinn gemacht. Das war sein Körper, der untergefallen ist, sah doch aus wie eine Silhouette, wie eine Person. Egal. Jedenfalls kracht er zu Boden, du siehst so eine Staubwolke und nichts passiert. Alle filmen weiter und sagen nichts. Und jetzt nach 20 Sekunden bricht das Video irgendwann ab. Ich habe eine Meinung zu dem Thema. Wir können ja mal nachgucken, ob er noch lebt. Es gibt mehr als eine Flugmaschine. Und man kann als Mensch Fallschirmspringen möglich machen, ohne sich selbst eine Rakete zu bauen. Ich wollte sagen, falls Jochen Schweizer fort uns Product Placement Geld zu geben, können wir euch gerne empfehlen für Leute, die sehen wollen, ob die Erde rund ist oder nicht. Ich finde es sehr schön, dass Mad Mike, das Letzte, was Mad Mike gesehen hat, ist die runde Erde. Das finde ich ganz gut. Und dann war auch mein erster Impuls, warum hat der auch nicht einfach einen Hubschrauber genommen, wenn der halt gerade aufsteigen will. Die fliegen hoch genug, glaube ich. Ich glaube schon, dass die hoch genug fliegen, um eine Erdgründung zu sehen. Die siehst du ja schon, wenn du auf kleinen Bergen bist. Weiß ich nicht. Ob das so ist. Aber dann ist mir eingefallen... Ist der mit der Rakete höher geflogen, als ein Hubschrauber kommt? Das glaube ich. Also die Rakete ist auch nicht so hoch geflogen. Die ist auf jeden Fall nicht irgendwie... Wo ist diese Grenze, 46 Kilometer oder sowas? So hoch ist die auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. Die Grenze der irgendwas, Stratosphäre oder sowas? Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe mich nicht beschäftigt, aber ich bin trotzdem klug, mich nicht in so eine Rakete zu setzen. Ich frage mich auch, warum mache ich nicht einfach eine Mission, wo sie zehn Vertreter, die renommiert sind in der Szene, die Flacherdler sind, einfach mal auf die Raumstation hoch für zwei Tage und zeigen denen, dass die Erde rund ist und schicken die wieder nach unten. Ich kann dir sagen, warum das so ist, weil man die Leute doch nicht ernst nehmen braucht. Erstens Stars und zweitens, die sind ja so in der Denke drin, die biegen sich alles zurecht. Dann ist dann alles, was sie halt da sehen, durch das Bullauge der Raumstation, das sind dann alles irgendwelche Fernsehscreens oder so. Keine Ahnung. Das sind dieselben Leute wie dieser Weimarer Typ hier, den ich hier ganz gerne mal auf Facebook zurechtweise. Der Busfahrer. Ja, der ehemalige Busfahrer oder immer noch Busfahrer, ich weiß es doch nicht. Hier wird er geoutet. Jedenfalls Rest and Power, Matt Mike, er ist für die Sache gestorben, das muss man ihm auch zugutehalten. Er hat daran geglaubt und ist dafür gestorben. Für welche Sache ist er denn nun gestorben? Was haben wir denn jetzt daraus gelernt? Dass man nicht aus hohen Fallhöhen fallen sollte? Das war sein Ding vielleicht. Dass man nicht Raketen bauen sollte. Sein Ding war es, verrückte Aktionen zu bringen und zu versuchen zu beweisen, dass die Erde flach ist. Das war ja seine Intention. Er ist daran gestorben. Ja, danke. Die Erde ist immer noch rund, aber Matt Mike ist jetzt flach. Weißt du es? Kann man sagen. Stimmt, ja. Er ist Matschepampe zumindest. Gutes Plädoyer. Ja. Aber er hat seinen Namen wenigstens Homemade Astronauts, habe ich übrigens auch noch aufgeschrieben. Das war echt so, und er war Teil so einer Gruppe, ich glaube es war auch ein YouTube-Kanal oder so, ich weiß es gar nicht. Homemade Astronauts. Supergeil. Als wenn ich das schon lese oder höre. Hausgemachte Astronauten. Naja, was hast du da für einzelne Buchstaben aufgeschrieben? Das sind die unwichtigen Sachen, die ich abhaken würde, wenn wir nichts mehr haben. Das ist unwichtig. Wir haben nie nichts mehr. Wir sind so gut informiert. Ich traue immer so eine Rotzfahne, darf ich? Mach das gerne. Apropos Rotzfahne. Hast du Corona? Noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit steigt. Ja, manchmal ist es so. Viele Menschen kaufen inzwischen ganz viele Hamster, habe ich gelesen, um die Zeit zu überleben. Die Hamster, was? Die haben die Gruppe im Radio. Warum Hamster? Was ist denn jetzt mit Hamster? Das ist ja ein Lifehack. Hamsterkäufer, Himmel. Was? Hamsterkäufe. Ich schreibe über Hamsterkäufe. Ich verstehe nicht, warum. Lol, Alter. Die Annahme ist halt, dass die Läden schließen, wenn wir Karatänezone kriegen. Da braucht man echt viel Klopapier für die Zeit. Stimmt, oh Gott. Ja. Sobald die Läden schließen, erstmal die Badewanne volllaufen lassen. Das ist wichtig. Warum? Das Wasser kannst du jetzt auch nur noch abkochen. Hast du immer Trinkwasser. Ich habe keine Badewanne. Hast du 120 Liter oder so? Wie viel passt da rein? Ja, aber kommt hin. Kommst du hin auf jeden Fall. Das ist schlau. Ja. Ja, jetzt werden viele zu preppern und kaufen tatsächlich die Regale leer und Hamstern sich Ravioli-Dosen und Zeugs. Die Angst ist schon echt groß, muss ich sagen. Ich war einmal kurz im Edeka und zwei Leute, oh ja, wollen sie uns wieder Angst machen mit dem Corona? Nächstes, oh komm, wir umarmen uns, auch trotz Corona. Also zwei Leute getroffen, beide irgendwie darüber geredet. Meine Fresse. Ist halt so ein Mediending. Es gibt so ein witziges Video vom ORF in Österreich, wo so ein Reporter vor einem Hotel steht, was abgeriegelt ist wegen Corona-Verdacht und da stehen ganz viele Bullen davor. Er sagt irgendwie so, dieses Gebäude ist harsch abgeriegelt und sie lassen keinen rein und raus. Und in dem Augenblick sieht man, wie so ein Typ mit so einem Roller einfach rausfährt aus dem Hotel. Das war sehr witzig. Schön. Sie lassen ja keinen rein, keinen raus. Bip, bip, bip und rollt einfach raus, ohne kontrolliert zu werden. Sehr witzig. Gab es in Deutschland jetzt irgendwie, also es gibt in Deutschland Fälle auf jeden Fall, aber gab es jetzt... Sogar in meinem Bekanntenkreis gibt es einen Verdachtsfall. Einen Verdachtsfall, ja gut, aber ist nicht jetzt jeder Schnupfel ein Verdachtsfall? Nee, glaube ich nicht. Mein Arzt war relativ entspannt, ich war ja auch erkältet vor ein paar Wochen. Oha, wann hast du den zuletzt gesehen, diesen Bekannten? Letzte Woche habe ich ihn gesehen. Verpiss dich hier aus dem Studio, ekelhaft. Irgendwie waren seine Eltern wohl im Ausland und ja, deswegen darf er nicht mehr so rumhüpfen draußen. Ich habe zwei Informationsquellen, die zusammen ein Bild ergeben, eine seriöse und eine unseriöse. Einmal von der WHO, die sagt, ey, fahrt euch mal bitte alle runter, das trifft nur alte, schwache Leute bisher. Und die seriöse? Aber das ist, das muss ich sagen, das finde ich ein bisschen zynisch. Naja, unsere Großeltern dürfen ruhig verringen. Kommt ja noch, kommt ja noch. Ja, okay. Und Leute, die eh schon so ein bisschen krank sind, also alte Leute, ja, und die seriöse Quelle sagt, ey, da wo das herkommt, ist in der Nähe so eine Biochemiefabrik, das ist eine Biowaffe. Ah. Und eine Biowaffe auf alte Menschen, ihr merkt, die wollen die CDU ausrotten. Oh. Und unsere Radiohörer. Nein. Scheiße, wir gehen pleite, Tino, schnell, wir brauchen einen neuen Hörerwunsch, aber es hat ja schon einer einen neuen Hörerwunsch gekauft. Du hast recht. Richtig geiles auch. Es geht auch um das Thema, alte Leute. Wir schaffen es leider, stimmt, tatsächlich. Mann. Das hat ja etwas zu tun mit alten Leuten. Ja, ich würde sagen, wir teasern uns nicht weiter, wir lassen es spannend. Wir schaffen es leider heute nicht mehr aufzunehmen, aber kommt demnächst. Das ist sehr witzig. Sehr guter Hörerwunsch. Sehr schön, sehr tief. Gut. Und ja, also, Hörerwunsch, nee, nicht Hörerwunsch, du, wie alte Leute sterben, lol. Hm. Hm. Ach, das war es schon. Wenn wir sterben daran, ich glaube nicht. Und wenn, sind wir dort. Stimmt. Ja, also, es kann schon sein, dass es wirklich, also innerhalb von China ist es ja schon relativ schlimm, sage ich mal, aber eigentlich, ich weiß nicht, wenn man das im Verhältnis sieht. Wie viele sterben jährlich an Autofahren? Auch an Grippe, viel, viel mehr. Mehr bei Grippe, also ja, bei Grippe mehr, weil wir mehr Grippe haben. Der Hype ist nur da, weil sie halt diesen Coronavirus eindämmen wollen, damit er nicht normal wird wie eine Grippe. Und weil man nicht genug Informationen darüber hat, ne, weil es so ein komplett neues Ding ist. Die Sterberate ist aber trotzdem niedriger, wollte ich noch sagen. Also, es sterben zwar mehr, weil das irgendwie aktuell noch mehr haben, aber die Sterberate ist niedriger. Also, zwei Prozent, wenn ich jetzt das hätte und mir würde jemand sagen, ey, du hast jetzt zwei Prozent Chance zu sterben, würde ich schon ein bisschen sagen, ist jetzt vielleicht nicht so geil. Zwei Prozent, wenn es derart ausbricht, dass du überhaupt ärztliche Hilfe brauchst. Ja. Also, 80 Prozent gehen einfach ganz normal gesund wieder. Ja, das ist halt eine Erkältung quasi, ne. Also, kann sein, dass ich Corona hab und gleich ist wieder gut und meine Güte. Das ist die Möglichkeit. Aber klar, man sollte es absolut ernst nehmen. Kann ja sein, dass da irgendwas Unbekanntes drin ist und das blabbi blub. Also, ich finde es schon sinnvoll, dass ein bisschen zu Karate, also mit den Karateen, das macht schon Sinn. Ja, das Ernst nehmen und Panik machen ist halt zwei verschiedene Sachen. Genau, und Panik machen ist halt übertrieben, aber... Es wurden auch schon erste Großveranstaltungen, haben wir abgesagt und so. Gerade dort, ne, so Messen und so. Genau, auch die Buchmesse nächste Woche, ja. Ohne, in zwei Wochen. Da haben wir auch schon die Ersten geschrieben, dass sie nicht hinfahren aufgrund von Corona, weil die Angst haben. Aha. Ja, das ist halt ein bisschen drüber. Ja, da muss man halt das Maß finden, ne. Also, in der Schweiz... Bote für Veranstaltungen, über tausend Leute. Tatsächlich. Ach, also tausend kann man sich anstecken mit Corona. Ja. Ah, spannend. Die haben den Virus geknackt. Ne, aber sorgt euch nicht, denn Trump hat die Lösung für das Problem. Der hat Mike Pence den... Eine Mauer und Corona bauen, ja. Wir bauen eine Mauer und Corona, nein. Wir könnten Corona auch einfach weg-nuken. Ja. Aber die Ökonomie in Amerika ist gerade so gut, Corona kann nicht passieren. Ne, Trump ist echt sauer auf den Virus, weil der seine Wiederwahl gefährdet. Gefährdet. Weil er betroffen sein könnte? Ja, der Stockmarket ist jetzt abgesunken wegen Corona. Scheiße. Also gut, also alle jetzt Aktien nachstacken. Ja. Auch noch der Markt. Nein, aber er hat die Lösung für das Problem. Er hat nämlich Mike Pence beauftragt, den Vizepräsidenten. Der ist jetzt quasi der Head of Corona-Kampf. Und Mike Pence glaubt nicht an die Evolutionstheorie und ist auch sonst nicht so wissenschaftlich bewandert und glaubt das alles nicht so. Good Job. Ja. Und dann gibt's jetzt Medienberichte und die sind auch mittlerweile bestätigt, dass Mike Pence diese Aufgabe bekommen hat, weil er sonst nichts zu tun hat. Das ist halt schon extra. Da merkt man mal wieder, wie akut dieses Thema ist. Ja. Du, du hast ja jetzt die letzten Stunden nichts gemacht. Kannst du gerade oder hast du gerade das? Okay, hast du Bock, das Corona zu übernehmen? Spitzi, okay. Ja. Mach du mal Corona weg. Dann gab's noch diesen einen viralen Satz von Trump, there's a very good chance you're not gonna die. Das ist auf jeden Fall beruhigend. Hat er recht, hat er recht, muss man sagen. Ja. Nun. Aber dein Freund Bernie Sanders ist ja sowieso gerade im Aufwind, ne? Der wird's ja vielleicht sogar. Der Bernie, ey. Der Bernie, das ist ein guter Mann. Der ist der Burner, ne? Bernie hat es tatsächlich geschafft. Wie lange gibt's Amerika seit 1700? Wann war die Scheiße? 89? Ne, warte mal. Das war die französische Revolution, ne? Was vor einigen hunderttausend Jahren Pangea sich zertrennt hat. Die beiden waren es richtig. Seit der Declaration of Independence, Mann. 4. Juli 1700. Seitdem die echt Menschen da sind, quasi. Ah ja. 76 war es, glaube ich. Ich glaube, es war 76. Bestimmt. Und? Warte mal, jetzt darf ich gerne... Komm auf den Punkt, was hat ein Bernie jetzt gemacht? 1789 war die französische Revolution, richtig? Er ist ja geboren. Egal. Ja, ist sie. Sehr gut. Gut, also, Bernie Sanders hat es als erster geschafft in diesen 300 Jahren. Mehr als 300. Schon okay, bitte. Ist egal. Ich bin mir sicher, es war doch 76. Jetzt sag doch mal. Er hat es geschafft, die ersten drei Wahlbezirke, also die ersten drei Staaten zu gewinnen in der Vorwahl zum Präsidenten. Was hat das zu bedeuten? Was ist die ersten drei großen Staaten oder wie? Ne, es sind halt einfach die ersten drei. Ach so, die zeitlich drankommen. Das ist einfach noch nie passiert. Und es ist nicht normal, dass alle drei dann den gleichen wählen? Ja. Okay. Bill Clinton damals zum Beispiel hat alle drei verloren, ist dann trotzdem Präsident geworden. Also es muss nicht unbedingt was sagen. Good news. Aber, also es ist schon ein gutes Zeichen erstmal für seine Beliebtheit. Also das Zeichen jetzt besonders so offent ist, muss ich sagen, glaube ich nicht mehr an Trumps und nicht mehr so sehr an Trumps Widerwahl. Aha. Aha. Ist das etwas, was du spürst in deinem Herzen? Ist das Hoffnung? Es ist ein bisschen Hoffnung, ja. Ja, außerdem hat Nancy Pelosi, die Sprecherin vom Haus, die Sprecherin, sagt auch der Germanie. Ähm, der hat gesagt, dass sie comfortable wäre mit Bernie, ja. Und das ist sehr wichtig, denn der wurde ja gegen Hillary damals schon richtig gelingt. Der hat eigentlich auch gegen Hillary mehr Votes gehabt, aber das DNC, das demokratische, also dieses übergestülpte Konstrukt der Demokraten, hat sich für Hillary entschieden mit Superdelegaten und, äh, da kann man sagen, das ist rigged, das Ding. Es ist rigged. Aber wenn Nancy Pelosi jetzt schon sagt, ey, wäre okay für mich, die quasi so die Sprecherin ist, dann ist das viel wert. Aber, ich hab ein bisschen Angst um ihn. Weil wenn er wirklich nicht aufhaltbar ist, ja, durch Herkömmliches, und er hatte ja erst im Oktober eine Herzattacke, und irgendjemand dann auf eine kreative Idee kommt, hey, wir lassen den mal irgendwie per Herzattacke sterben, weil da gibt's garantiert irgendein Gift oder so, was das macht. Oder ihn einfach erschrecken. Das ist so geil, weil das würde halt einfach keine Konsequenzen haben. Das ist natürlich jetzt hier schon in Richtung Verschwörungstheorie, aber, weißt du? Ja, aber, ne? Also es gibt wirklich viele, viele Leute, die nicht wollen, dass er Präsident wird. Definitiv. Alleine wenn er sagt, ey, wenn du Billionär bist, dann wirst du halt sehr viel mehr Steuern zahlen, dann werden sich die Billionäre halt nicht sagen, oh, geil, so machen wir's. Aber ja, mal schauen. Aber Trump lebt auch länger, als ich gedacht hab. Ja, der ist ja echt nur, der war jetzt in Indien diese Woche, und der, was ist das da, Präsident auch von Indien oder so, der ist halt strenger Vegetarier oder Veganer, das heißt, er kannte da kein Fleisch essen. Und Trump ist ja bekannt dafür, dass er fast nur McDonalds und Burger King und sowas frisst. Ehrlich? Ja, ja, der ist, der ist so viel Fast Food. Es gab auch diese Woche die Nachricht, dass sein Doktor ihm Gemüse in sein Essen geschmuggelt hat, irgendwie. Oh, wie viel wenn ein Fanker ist. Ja, ist halt wirklich so. Weil er so ranzig sich ernährt. Da gab's ja auch vor Monaten, da hatte er irgendwie so eine Fußballmannschaft, nee, Fußball, was ist? Football. So eine Footballmannschaft irgendwie hat das gehostet, und das Buffet bestand halt auch nur aus McDonalds-Bürgern. Das ist wirklich der ungesündeste Mensch der Welt. Wenn man nachts um drei rotzend volle ist. Ja. Aber sonst nie. Ja, ist schon eklig, oder? Also als Kind habe ich McDonalds geliebt, inzwischen bin ich da einfach nur noch schlecht von. Ja, ging mir auch so, ja. McDonalds, wenn wir besser bei euch reden sollen, kommt welchen Hörerwunsch. Ja. Donald McDonald quasi. Ja, stimmt. Was ich jetzt übrigens zwecks Pride Placement nicht sagen will, ist, dass man jetzt andere Fastfood-Alternativen wählen sollte. Auch Burger King ist nicht gesund. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe ja schon gelegentlich diesen Rebel-Wopper geholt, diesen veganen... Ein Rebel-Wopper. Rebel-Wopper heißt der. Also ein rebellischer Wopper. Ach, Rebel. Rebel, wie der Rebell. Aha. Nicht Rebel. Rebel-Wopper. Wie der Hase oder so. Rebel-Wopper. Aber der ist erstens gar nicht vegan. Das ist voll irreführend. Da steht nämlich drauf, nur dass die Bulette vegan ist, aber die Soßen darauf nicht. Ja, lel. Und zweitens wird diese Bulette auf dem normalen Grill gebraten. Das heißt, es kann kontaminiert sein. Oh Gott, ist das dumm. Es ist echt dumm. Aber ich habe ihn jetzt schon zwei, dreimal gegessen tatsächlich. Du bist quasi Mitschuld am Sterben der Kühe. So ein bisschen verantwortlich, ja. Das Ding ist ja, dass es gut ist, dass es sowas gibt, weil wenn die Nachfrage an vegetarischen Produkten steigt, dann stellen die ihr Sortiment vielleicht ja langfristig um. Wie jetzt Rügenwalder Mühle. Wir wollen ja auch auf vegane Produkte umsteigen. Jetzt komplett? Ist der langfristige Plan. Wenn das halt wirklich auch gesund ist und man dann nicht so diesen, was man vielen veganen Sachen hat, man hat ja auch recht viel Müll noch mit drin. Wenn das dann gesund ist, dann wäre das halt eine echt geile Alternative. Das stimmt, aber immer noch weniger Müll als im Fleisch. Kommt aufs Fleisch an, würde ich sagen. Hast du meine guten Tiere gerade Müll genannt? Ja, alle Tiere. Tiere sind Müll, kann man so sagen. Insgesamt. Muss man gucken, ob es das wirklich so machen. Ich habe die Woche ein Video gesehen, Simplicissimus. Ganz, ganz guter Kanal. Ach ja, welches? Äh, Coca-Cola. Das war älter schon, ne? Ne, ne, das ist ein neues Video. Habt ein neues gemacht? Und da ging es einfach nur darum, dass Coca-Cola halt schon öfter gesagt hat, ey, wir machen unsere Flaschen recycelbar. Ach, mal die Plastikmüll. Ja, Katastrophe. Die so mit Hauptschuld an den Plastikverschmutzungen haben. Genau. Einfach nur diese, also klar, man sagt das so und alle denken, oh, geil, guck mal, Coca-Cola, die machen jetzt nicht was. Und im Endeffekt ist es halt, oder machen minimal was in die Richtung. Ey, es gibt so viele geile Alternativen zu Coca-Cola. Ich frage mich echt, warum dieser Marktführer ist. Ich finde auch echt Cola an sich schon lange nicht mehr geil. Außer in Thüringen. Das ist so geil, dass es in Thüringen Coca-Cola nicht Marktführer ist. Also ich bin nicht immer stolz auf mein Bundesheimatland. Aber da schon. Die gute Vita-Cola, die nach wie vor für mich wie Spülmittel... Wenn ihr ein Product-Place-Hinten machen wollt, ich finde dieses Produkt sehr lecker. Und ich importiere es nach Köln, um mir dort meine Havanna mitzumischen. Das ist dann ein wirklich, wirklich kommunistischer Cuba Libre. Ja, ich kenne auch Menschen, die studieren irgendwie im Westen, nehmen sich, wenn sie hier sind, so zwei Kästen Vita-Cola mit. Ich kriege den, ich habe ein Getränke-Großhandel, da komme ich mit der Bahn hin und kaufe manchmal dort Vita-Cola. Aber kann ich verstehen. Das ist so eine richtige Rarität da. Ja, naja, man trinkt es dort halt einfach nicht. Man gibt es dort halt nicht so viel. Dumm. Wesi ist halt, ne? Ist so. Die wissen doch gar nicht, was... Und wenn wir es Deutschland bald schaffen, mit den leckeren Vita-Cola-Glasflaschen, die Coca-Cola vom Markt zu treiben, dann wären wir das coole Deutschland so. Vielleicht irgendwann mal wieder kann ja passieren. Vita-Cola gibt es die nicht sogar auch nur in Glasflaschen? Die gibt es auch in Mehrwegflaschen. Ich kenne nur Glasflaschen. Das meine ich. Vita-Cola? Also auch doch die kleinen, stimmt. Die kleinen gibt es in Plastikflaschen von Vita-Cola, ne? Na, auch die Einwitterflaschen. Die gibt es auch in Mehrwegflaschen. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, doch, stimmt. Die haben doch dann verschiedene Geschmacksrichtungen auch, oder? Genau, genau. Ah, doch, stimmt. Ich habe immer nur die Glasflasche vor. Also, die Glasflasche schmeckt schon am geil. So, ohne Zitrone gibt es das zum Beispiel, genau. Komm, Tino. Ich trinke hier auch gerade eine Schutzmarke, die allerdings, ich glaube, ist das nicht hier auch Coca-Cola? Ja, ich möchte nicht, dass du die jetzt erwähnst. So, machen wir mal weiter im Text. Toll hast du das gemacht, Herr Hodes. Aber zumindest ist es eine Glasflasche. Unser Markenrechtler. Weiter im Text. Wir waren mit Corona noch nicht ganz fertig. Es gibt da nämlich noch eine richtig witzige Meldung, wie ich finde. In China ist mal wieder was verboten. Wow, erstaunlich. Nach Winnie-Pour, was ist es jetzt? Black Ink. Ein Videospiel, in dem man quasi Seuchen verbreitet. So, also das Ziel ist es, du bist, ich habe es noch nicht gespielt, aber du bist quasi der Verwalter dieser Incorporation. Und das Ziel ist es, die ganze Welt mit einer Seuche zu verbreiten. Weil es ist voll zu nah an der Realität dran ist, wahrscheinlich. Ja, und viele Leute haben natürlich jetzt den Spaß gemacht, Corona-Virus da nachzuspielen. Jetzt in China verboten. Es ist so witzig. Also zwei Sachen. Zum einen sieben in den Chat, wenn wir das mal streamen sollen, Black Ink. Zum anderen, ich habe gedacht, dass diese Biermarke Corona darunter richtig zu leiden hat. Hat sie auch ein bisschen. Naja, und sich einen neuen Namen ausdenken muss. Aber es ist ja eher so, dass Leute so ironisch sich gehören, Corona, ich kaufe mir das jetzt, lololol. Das schadet eher dem Virus, glaube ich. Das Ganze, das schadet eher dem Virus. Das Bier schadet dem Virus? Nee, das, die Marke, der Markenname schadet dem Virus eher, glaube ich. Ach so. Dass keiner mehr den Virus kauft. Dass der uns sympathisch rüberkommt. Oder dass man den nicht ernst nimmt. Ja. Warte um. Oh, kommt da so ein Krüner? Da war gerade auf jeden Fall das halbe Mittagessen mit drin. Ja, aber ich finde... China ist sehr empfindlich. Und ich fand auch die Folge, die du mir geschickt hast, sehr witzig von South Park. Ja. Mexican Joker und so. Danach kam noch irgendwas mit China, mit Mickey Mouse und so. Das war sehr witzig. Also die Staffel South Park, die aktuelle, die ist wirklich on point. Die hat so viele gute Themen. Jede einzelne Folge halt ein großes Thema, wo man sagen kann, oh ja, das mit China ist auf jeden Fall richtig gut. Was mich nervt, ist das neue Intro von South Park. Auf der Hanf Farm, ja. Das ist ja nur kurz... Du hast wahrscheinlich noch nicht alles gesehen, die sind da sehr selbstreferenziell. Ja. Und sagen dann, ah, langsam war es das hier mit Tegrity Farms und so. Weil sie ja schon wissen, dass es den Leuten bestimmt teilweise auf den Sack geht, weil sie das eigentliche South Park haben wollen. Egal. Gute Staffel, sehr gute Staffel. Und ich sage jetzt in letzter Zeit, wir sagen so viele wieder South Park und es ist halt eingefallen, dass ich seit fünf Jahren nicht mehr geguckt habe. Ich kann jetzt so viel nachholen wieder und ich muss es echt mal tun. Das kannst du ja online kostenlos gucken, ne, in diesem Southpark.de. Southpark-Episodenplayer. Easy. Super geil. Und anders als Simpsons, wo ich nie der größte Fan von war, finde ich South Park einfach so gut, weil sie mittlerweile immer aktuell sind. So, und sie haben ja auch dieses neue Format, das weißt du vielleicht noch gar nicht, die haben jetzt zusammenhängende Folgen. Haben sie manchmal. Ja, aber früher gab es das eher nicht. Da waren die schon... Das waren drei Folgen zusammenhängende. Nee, nee, aber jetzt ist es eine durchgehende Geschichte quasi. Ach, geil. Okay. Ja. Ja, wenn man sich so ein bisschen neuerfindet, ist immer gut. Krass. Gut zu wissen. Cool. Naja, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass dieses... Also in China ist das nochmal was anderes. Die haben auch am Anfang über Coronavirus, haben sie ganz viel verboten zu berichten. Da sind auch Leute in den Knast gekommen, weil sie gewisselblowt haben, dass da irgendwie was ist und so, weil China halt China ist. Und auch der, ich glaube, der Arzt, der es entdeckt hatte, ist auch in den Knast gekommen und ist dann da in Corona gestorben und irgendwie sowas war es. Ja, ja, doch. Viertelwissen, Google selber. Der war auch recht jung noch. Der war gar nicht so alt. Also die Person, die das entdeckt hat, Covid-19. Ja. Aber egal, ich wollte darauf hinaus dieses, es passiert was Schlimmes und jetzt müssen wir so Dinge sperren, damit die Leute da nicht irgendwie Vietnam-Flashbacks kriegen. Ich erinnere da an die perfekte Welle damals, 2004. Ja, die war schlecht positioniert rein. Die war schlecht positioniert, aber trotzdem finde ich es halt witzig, dass man also sagt, oh nee, das können wir jetzt nicht im Radio laufen lassen. Die Leute, dann weiß ich nicht, was die Leute dann machen. Was ich aber kratsch finde. So, im Zuge dessen habe ich nämlich eine Seite gefunden, 164 Songs, die gebannt waren, nachdem 9-11 passiert ist. Und da sind teilweise echt absurde Sachen dabei, aber auch ein paar witziges. Das ist spannend. Nenn mal die ersten fünf. Ja, die sind jetzt nicht irgendwie sortiert nach irgendeinem, da kennt man viele von auf jeden Fall. ACDC hatte ich ziemlich viele dabei, TNT zum Beispiel, Safe in New York City, das ist ganz witzig. Ist eigentlich an sich Comedy. Shot Down in Flames von ACDC, ja. Also alles von ACDC quasi. Ja, ein paar. So, ich gehe nochmal durch, was man so kennt. The Beatles, Ticket to Ride, klar, bla, Lucy in the Sky, Guns in Roses, Knocking on Heaven's Door. Ich sage mal so, das muss nicht sein, aber ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man so ein bisschen Andacht hält, indem man zum Beispiel bestimmte Sachen nicht spielt. Aber das sollte vielleicht, also ich finde, das sollte jeder Radiosender für sich irgendwie entscheiden, nicht, dass man so sagt, national. Aber sind die echt gebannt worden? Die durften nicht mehr im Radio gespielt werden, ja. Meine Meinung ist dazu, dass es lächerlich ist. Ich finde es Quatsch. Bruce Springsteen, I'm on fire. Das ist sehr witzig. Aber die Form gibt es doch schon ewig. Und ich weiß nicht, ob das die Betroffenen so hart triggert. Ja, ich weiß nicht. Nur wenn man hervorhebt, aber wenn man denen irgendwie mitteilt, hey, wir haben irgendwie Respekt davor, wir werden jetzt dieses und dieses und dieses Lied mal nicht spielen. Vielleicht zeigt das ja dann irgendwie ein Punkt, so ein bisschen Andacht und so. Also man kann es auch gut interpretieren. Foo Fighters, learn to fly. Das ist total dumm schon. Frank Sinatra, New York, New York. Da geht es halt überhaupt nicht darum. Aber alle, die dann gerade das Radio anhören, oh nein, New York gibt es ja. Da war ja was Schlimmes. Oh, stimmt. Einen Tag später hatten es eigentlich schon wieder vergessen. Oh nee, jetzt singt der Frank Sinatra von New York. Oh nee, die Stadt gibt es ja auch noch. Genau, 9-11. Am nächsten Tag war es vergessen. Es ist so dumm, ey. Also bei solchen Sachen finde ich es echt dumm. Aber selbst Farin Urlaub hat damals sein Albumcover geändert, ne? Ja. Für endlich Urlaub. Es sollten eigentlich Gebäude brennen. Und er hat es dann noch umhören lassen in brennende Palmen. Okay. Das wusste ich noch nicht. Fun Facts. Du aber mit deinen Fun Facts, ja. John Mellencamp, I'm on Fire. Kansas, Dust in the Wind. Corn, Falling Away from Me. Let Zeppelin, Stay Away to Heaven. Lenny Kravitz, Fly Away. Ja, es ist ein bisschen drüber. Also alles wird fly. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Die durfte dann auch nicht mehr daran erinnert werden, dass die Welt eigentlich schön ist. Okay, gut. Die Liste ist schon doof. Es sind schon ein paar dabei, wo du dir sagst, dass halt dieses perfekte Welle-Ding, dass man so sagt, okay, das ist jetzt irgendwie... Wenn man es halt mal fünf Tage lässt oder halt so lang es in den Köpfen ist, ich finde es ein bisschen geschmacklos. Das liegt in dem... Sie hat halt Pech gehabt, dass sie das in dem Moment halt rausgebracht hat. Also wenn man jetzt so einen Song irgendwie in Verbindung bringt mit der Geschichte, dann ist es natürlich irgendwie asozial, aber einfach... Diese Liste, selbst ist ja erst ins Verhältnis mit diesem Geschehen. Richtig. Sonst hätte man da überhaupt nicht... Hier, da bin ich richtig auf die Barrikaden gegangen. Ne, na, 99 Luftballons. So. 99 da haben wir Kriegs... Nein, 90 Kriegsminister, Streichhals und Benzinger ist da. Da bin ich, also ein deutscher Song auch noch. Aber weißt du, keiner, der diesen Song hört, denkt doch da an 9-11, oder? Jetzt schon. Erst recht nicht, weil die den Text überhaupt nicht verstehen. Die Frage ist, wird beim nächsten Anschlag auf irgendein USA-Haus dann Enya verboten? Also ich denke schon. Ah, ja. Das ist ein exklusiver Song. Der soll nur mit diesem Unglück in Verbindung gebracht werden. Phil Collins, In the Air Tonight. Naja, finde ich jetzt irgendwie überzogen. Queen, Another One Bites the Dust. Ja. Ja, ist schon witzig. Ricky Nelson, Traveling Man. Es wird doch erst in dem Kontext lustig eigentlich, oder? Oder nicht lustig, aber pervers. Ja, aber wie gesagt, erst diese Liste stellt dieses Verhältnis her, irgendwie, finde ich. Ist so. So, wir sind gleich durch. Mal gucken, ob hier noch ein Banger dabei ist. Steve Miller, Jet Airliner. Ja, gut. Ich werde irgendein Perverser hat auf Spotify so eine Playlist schon gemacht. Irgendwie 9-11-Playlist, wo alle diese Songs drin sind. Das ist witzig, ja. Ich kenne jetzt den Text, also ich wüsste jetzt nicht den Text so präsent. System of a Down Chops Wii auch. Wüsste ich jetzt nicht, was das da irgendwie damit zu tun haben könnte. Van Halen Jump. Naja, ja, gut. Ja. Ich werde gerne was Schönes erzählen. Erzähl mal was Schönes. In Luxemburg. Was? In Luxemburg. Kennst du Luxemburg? So ein kleiner, kleines Königreich? Das war der Mikrofonarm. War komisch, ne? Oder war es dein Arm? Ne, der macht, ich bin so ein aufgepumptes Stück. Geil. Muskel. Also was ist in einem relevanten Land passiert? In Luxemburg, in dem kleinen Königreich, gibt es jetzt kostenlosen Nahverkehr. UPNV. Also ungeschützter Nahverkehr ist jetzt umsonst quasi. Aber ist Luxemburg nicht so klein, dass du eh nur zwei Meter läufst und an der Grenze bist? Ja quasi, aber es ist doch ein Anfang. Kostenlos für alle? Ja, jetzt wurden alle Automaten abmontiert und die Kontrolleurinnen haben jetzt neue Jobs, also neue Aufgaben in dem Bereich. Die berühmte Frage, die Bernie Sanders immer wieder gestellt wird. Aber wie willst du das bezahlen? Was machen die irgendwie? Keine Ahnung. Bernie Sanders hat das sehr oft schon beantwortet und wird es immer wieder gefragt. Das ist so großartig. Die haben halt echt nichts gegen ihn. Er hat in der Show einen Zettel rausgeholt und hat gesagt, hier steht alles drauf, ich habe es auch auf meiner Website. Also er macht zum Beispiel Reichensteuer erhöhen, dann einen kleinen Prozentsatz. Jedes Mal, wenn du an der Wall Street am Spekulieren bist, musst du halt auch einen kleinen Prozentsatz abgeben. Und das alleine bezahlt halt schon sein Medicare for All. Ja, nur als kleinen Exkurs noch, weil diese Woche wieder South Carolina-Debate war. Morgen wird wieder gevotet. Also ist der nächste Start. Und am Dienstag ist dann Super Tuesday, wo dann ganz, ganz viele, ich glaube 15 sind es, Bundesstaaten. Und dann nach dem Dienstag ist quasi relativ klar, wer so... Aber will auch Bernie Sanders den öffentlichen Nahverkehr kostenlos gestalten? Nö, weiß ich nicht. Macht er, glaube ich, nicht. Aber gibt es erstmal wichtigere Sachen. Aber es macht Sinn. Ich glaube auch, irgendein deutscher Philosoph hat auch mal gesagt, also ein aktueller Philosoph, dass man alleine durch, wenn man diese Aktiengeschichten versteuern würde, könnte man das Grundeinkommen finanzieren und solche Geschichten. Das ist ja eigentlich sehr einfach. Ja. Und man hat halt nicht ganz so sehr dieses Geld mit Geld verdienen, was halt arme Leute gar nicht machen könnten. Genau, wie viele Renditeneinbuße wäre das langfristig, wenn man die Renditen, die positiven Renditen oder jede Transaktion oder jede Rendite, was wird versteuert? Transaktionen. Ja siehst du, und wenn du zum Beispiel eh Verluste hast und dann noch Steuern zahlst... Steht das so? Hallo. Hallo. Deine professionelle Meinung zu Steuern? Ja, Steuern. Machen wir mal wieder. Okay. Gerne. Also wenn wir jemanden gegen Steuern... Jetzt ist raus, schnell wieder on air geht. Schnell wieder on air geht. Ja. Also wir sind ja jetzt quasi on air. Wenn ihr das hört. Es werden ja nicht nur Leute an der Börse reich. Manche verlieren da Geld, manche verdienen nur so ein bisschen Geld und wenn die zusätzlich noch mit Steuern belastet, dann verstehe ich schon, warum die dagegen sind. Ja. Aber sie, also das ist ja, also ich finde es okay, ein Stück weit. Aber stell dir mal vor, man würde nur die Rendite versteuern, dann wäre es was anderes. Vielleicht ist das auch eine Variante, aber also gut, ich sehe, ich finde es halt auch einfach ein bisschen unmoralischer als du wahrscheinlich mit diesem, ich verdiene jetzt Geld mit Geld. Ja gut, das ist aber ein übelst langes Thema. Ja, ja, aber... Natürlich kann man auf den ersten Blick sagen, es ist unmoralisch. Im Endeffekt pusht du damit ja ein Konzern irgendwo und der dafür halt dir was zurückgeben muss. Ja, aber ein Stück weit ist es halt auch, wenn du Glücksspiel oder sowas machst, musst du auch damit rechnen, verlieren zu können. Wenn du irgendwie Aktien falsch kaufst, hast du halt auch verkackt. Aber Glücksspiel gewinnt das Casino und an der Börse gewinnt langfristig der Investor, weil der Markt tendenziell wächst. Außer Corona bricht aus. Du zahlst ja auch Steuern auf Sachen, die du kaufst. Da verlierst du ja auch schon Geld. Du musst doch Steuern zahlen dafür. Das sind Mehrwertsteuern. Genau. Und du hast sie im Preis inbegriffen, aber... Kann man doch da genauso machen, dass man bei einer Transaktion ist, dass es dann irgendwie drin ist oder so. Keine Ahnung. Aber es sind ja so wie du schon Kosten drin, ja. Die werden halt nur höher sein. Genau. Die Frage ist halt, wie höher und inwiefern macht es die Attraktivität der Börse halt... Vielleicht ein Prozent vielleicht schon, würde ausreichen, um das zu finanzieren. Ich glaube, es war ganz wenig, was der Mann gesagt hat. Mich würde es interessieren, wie viel das ist. Weil ein Prozent würde sich ja auch schon auswirken. Das ist dann der Markt... Also deine Aktien müssen dann um ein Prozent steigen, bevor du wieder bei Null rausgehst. Und da hast du nur die Steuer, nicht die Transaktionskosten. Ja. Und das ist schon nicht zwangsläufig sehr, sehr wahrscheinlich. Luxemburg. Wann kommt... Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Wann kommt denn unser Hitler wieder, der statt Autobahnen solarbetriebene Magnetschwebebahn oder sowas installiert? Hoffentlich sehr bald. Die dann quasi energieneutral und dann auch kostenlos quasi und vielleicht auch ohne Fahrzeugführer fahren können. Wir brauchen mal einen neuen... Das wär's doch. Wir brauchen einen neuen guten Hitler. Ja. Der nur gute Absichten hat. Gott. Ja, Mike Pence glaubt an ganz viele tolle Sachen, die Gott macht. Eine kleine Sache noch. Das ist eine große Sache eigentlich. Ich versuch's ganz kurz runterzubrechen. Weil wir auch Julian Assange neulich angesprochen haben und so. Also, es gab da einen britischen Teenager, der per Fahrerflucht getötet... Also, auf jeden Fall Autounfall getötet wurde von einer... von der Frau, von einem amerikanischen Diplomaten im August 2019. Und diese Frau, genau, diese Frau wird aber quasi von der Diplomatie beschützt von Amerika. Und da gab's jetzt quasi die Aussage, ey, wenn ihr diese Frau zu uns nach England schickt, damit sie endlich verurteilt werden kann für die Straftat, die sie halt gemacht hat, dann schicken wir Assange wiederum zu euch. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Aber das war so eine der größten Nachrichten diese Woche tatsächlich. Neben Corona und der ganzen anderen Scheiße. Was keiner braucht. Aber Assange ist wichtig. Wird nicht passieren, aber ich fand das auch hier... Es ist halt so ekelhaft irgendwie. Du gehst in ein anderes Land, bringst da jemanden um, gehst zurück und irgendwie hast da dann so einen Schutzwall aus Politik um, nicht drumherum. Das ist auch der Status eines Diplomaten. Die können machen, was sie wollen, fast zumindest. Also, wenn sie einen Mord begehen, werden sie maximal irgendwie nach Hause geschickt. Ja. Gegen die darf nicht ermittelt werden. Aber zum Thema Assange, ich habe jetzt gelesen, dass der, bevor er eingesperrt oder ausgeliefert werden sollte, haben sie ihm den Rasierer weggenommen. Damit er aussieht wie ein Zombie, ja. Und mit weniger Sympathien bekommt dem Volk. Oder damit er sich nicht abstient mit diesem Rasierer. Bestimmt das. Der hat nur gute Absichten. Ja. Wie war die Woche, liebe Leute? Die Woche? Was sagt ihr? Ja, stimmt. Wir müssen die Woche. Wir haben noch fünf Minuten. Also, die Amokfahrt war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Es war schon eine Meldung, die viele geschockt hat. Vor allem eine Woche nach Hanau. Ja. Richtig. Also, wir kriegen ja hier gar keine Ruhe. Es gab noch mehr Schüsse auf Shisha-Bars. Ganz kurz, meine Meinung zu Hanau. Kein Stream, keine Relevanz. Achso. Ja. Gute Meinung. Das habe ich jetzt auch so mit Noserafo-TV gehandhabt. Echte, 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 weißt du, wenn du als Amokläufer berühmt werden willst, Radio reicht nicht. Radio reicht nicht. Es gehört dazu. Er war noch ein Amokläufer der alten Schule. Ganz ehrlich, das guckt keiner. Ja, ist so. Dafür gibt es von mir keine Klicks. Ja, deswegen, weiß ich nicht, ist was ganz... Konservative Amokläufer. Ich bin nur der konservativ. Ja, also ich finde, das Corona-Ding ist im Wachsen, aber das ist halt schon lange am Brodeln. Die Amokfahrt war was Großes. Das kickt mich wirklich nicht. Dann die Sterbehilfe bald illegal, das war auch ein großes Thema. Wollte ich nur mal kurz angesprochen haben. Ich dachte, du teaserst jetzt ja schon wieder. Nein, 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 überhaupt nicht. Das hast du jetzt gemacht. Oh, shit. Ja, also was hatten wir letzte Woche? 8,5, glaube ich. Ja. Dann wölte ich diese Woche auf 8. Echt? Echt? Zu viel? 76 verletzte Leute, ja. Ja, aber kein Toter. Die müssen irgendwie mit... Autounfälle werden jeden Tag Leute verletzte. Oh Gott. Es ist natürlich mega schlimm. Moment, das war ja basically ein Autounfall. Nee, ich vergiss es. Unfall. Nimmst du denn jetzt in Schutz, diesen... Der hat denn den Welsen im Auge, Himmel? Keine Experten. Welsen im Ausrotten, bitte. Doch, ich würde auch... Also eine Acht würde ich schon sagen. Ich glaube doch, weil die vielen Kinder, die da verletzt sind... Er weiß, wie viele ihre Beine verloren haben. Weißt du, den Kindern geht es halt auch besser in dem Wissen, dass wir eine Acht statt eine 7,5 geben. Ich denke auch. Das muss halt irgendwie... Das ist auch ein Zeichen. Honoriert werden. Okay. Acht in den Chat für die Kinder. Ich will auch nochmal betonen, es geht ja nicht um Geilheit, es geht nur um die Bedeutung von Ereignissen, die passieren. Wie du diese Zusammenhänge mit Kindern und Geilheit jetzt schon wieder ziehst, Tino, was soll denn das? Ich kann es nicht ändern. Jeder Sex ist guter Sex. Ich habe jetzt gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen Pädophilie und Pädosexualität. Pädophilie ist... Sagen das Pädophile oder wer sagt das? Nein, das sagen... Nur du, Tino. Es sagen WissenschaftlerInnen. Ich habe mit einer gesprochen vor ein paar Tagen und die hat ihre Bachelorarbeit über das Thema geschrieben. Ne, Masterarbeit. Sagen das WissenschaftlerInnen in den Kindern drin. Richtig. Und die sagte mir, Pädophilie ist, wenn du diesen Drang so krass spürst, mit Kindern schlafen zu müssen, dann bist du pädophil. Also du musst es tun, du hast einen riesigen Drang. Ich konnte nicht anders, Herr Richter, ich wusste. Quasi. Ja, aber klar. Und Pädosexualität ist, wenn du einfach sexuell angezogen wirst, aber das irgendwie nicht ausleben musst. Ist noch okay. So grob gesagt. Das ist jetzt besser formuliert, aber das ist ein Unterschied. Ist beides nicht geil, aber... Hey, sprich für dich. Ja, aber solange sie nicht streiffertig geworden sind, sind es ja auch nur Menschen. Letztendlich. Ja, aber wenn man sich Pädophilie so anguckt, ich habe immer so, ich denke so, Leute, die das erwischt, die erwischt das ja nicht absichtlich, die diesen Drang haben. Man muss eigentlich immer vorsichtig sein, weil ich hätte eigentlich so voll Angst, dass man, wenn man das immer kriegen kann, kann sein nicht, dass ich das auch irgendwie kriege. Entwickelt sich das? Ich weiß es halt nicht. Also ich glaube schon, also gut, das ist jetzt ganz gefährliches Trauer und ich bin kein Experte, aber das ist doch bestimmt fast immer kindheitsbedingt irgendwie, wie du halt im Kindesalter irgendwie aufgewachsen bist, das ist nicht auch deine sexuelle Entwicklung irgendwie bei vier bis sechs oder so in dem Zeitraum. Also ich als Sexualpädagoge weiß ungefähr, dass man es nicht weiß so richtig. Es ist nämlich so, was man vermutet, dass es ein Zusammenspiel ist aus DNA, also Veranlagung und Umwelteinflüsse, also Kindheit und gerade Pädophilie, was ja eher als Störung zählt. Meine Frage ist halt, kann irgendwie ein 50-Jähriger plötzlich noch pädophil werden? Schwierig. Der Punkt ist, stell dir mal vor, man entdeckt das bei sich, wo geht man dann zum Arzt? Was ist, wenn der Arzt eigentlich ernst nimmt? Was ist, wenn der Arzt einen sofort einbuchen will? Wie geht man damit um? Nee, da gibt es auch so anonyme Pädologen. Nicht-Täter-Werden.de heißt das, da kannst du dich beraten lassen, da gibt es solche Stellen. Da gibt es schon alles. Genau. Na gut. Also liebe Hörer und es gibt auch Frauen, es gibt auch viele Frauen, die pädosexuell sind. Da kommt dazu, wann gesteht man sich das selbst ein, ne? Das ist ja auch, man will das ja nicht sein so irgendwo. Also wie mit homosexuell zu sein. Ja, nee, ist es nicht, weil das ist völlig unproblematisch heutzutage. Viele haben ja auch die Angst, sich zu outen und das entdeckst du irgendwann oder irgendwann stehst du es ja irgendwie ein und sagst, okay, ich bin's so. Und mit Pädophilie ist es noch viel schwerer, das stimmt. Ja, das ist eine krasse Hemmschwelle. Das stimmt, ja. Tino, ich soll gerne nicht über Sex mit Kindern reden, aber langsam ist uns zur Zeit leider aufgebraucht. Du weißt doch, wir reden so lange weiter, das ist einfach Ausfahren. Ist die Musik schon an? Noch ist sie nicht an, aber sie kommt jetzt gleich. Okay, sag mir nicht, ich singen soll. Es war sehr schön auf jeden Fall. Danke, Herr Woders, für deinen Gastbeitrag heute. Ja, lass uns noch einen aufnehmen. Tino hat leider keine Zeit. Ich hab einen Termin, ich bin busy leider. Was musst du machen? Kann ich hier im Radio nicht sagen. Na, zum Glück ist der Song jetzt so. Ja. Ach, du machst auch das schon. Du findest du eigentlich. Guck mal, ciao. Ciao.